Hallo Freunde, hier ist der Jockey wieder aus München-Klappbach. Auf besonderen Wunsch von meinem Freund, den Hans und der Hilde, mache ich heute das Video für die zwei. Genau Freunde, der Jockey aus Klappbach grüßt nach Waldniel. So Freunde, da will ich euch mal erzählen, was heute so los war. Heute war Demo in Reit, der Rechten gegen die Linken. Und wer hat gewonnen? Natürlich die Rechten. Richtig, der Jockey war dabei. Der Jockey war doch für euch dabei. Live vor Ort war der Jockey. Und Freunde, wenn ihr das sehen wollt, macht Facebook an. Dann könnt ihr auch Bilder sehen von der Jockey aus München-Klappbach. Von der Demo, von der Rechten. Richtig so. So Freunde, der Jockey sagt jetzt noch eine schöne Sonntag für euch. Und schöne Grüße an meine ganzen Freunde da draußen. Meine Freunde von YouTube, von der Jockey aus München-Klappbach. Freunde, seid gegrüßt und schönen Abend.